Ich habe hier den Präsidentschaftskandidat Gerald Gross gesehen. Ich fand Ihre Rede, äh, Gerald, Ihren Auftrag gestern im Fernsehen sehr toll. Danke. Und danke sehr. Freut mich auch. Und wie gesagt, am 9. Oktober heißt das Ziel, wählst du Gerald Gross, bist du die Regierung los und dann geht's Richtung Hofburg. Jawohl, seid dabei, alles Gute. Wiederschauen. Ja, aber man kann auch demokratisch bleiben und daher vielleicht lieber nicht. Bevor ihr Gerald Gross wählt, bleibt ihr lieber zu Hause.